Ah, letztes bisschen mehr fliegbar. Ah, alle wieder rausgegangen. Der Thomas geht das Spiel verlassen. Hey, lol, ein fliegendes Polizei-Auto! Nee, no shit? Ja! Nein. Gestern... Werde, jetzt übertreibst du aber ein bisschen. Oder vorgestern, hatten wir auch wieder so eine richtig intelligente Bulle, die war so... stand quer in der Gasse und ist immer vor und zurück gefahren. Irgendwann, irgendwann hat die das geschafft, dann lag die auf der Seite. Irgendwann ist die einfach kaputt gegangen. So was, wie ist das denn jetzt passiert? Ja, ohne... Irgendwann ist die einfach explodiert. Ja, hat schnell gekämpft, haben uns halt vor und hinter den Wagen gestellt, einfach nur gegen die Drücke von beiden Seiten. Und dann irgendwann, puff, ist der Bulle in den Feuer aufgegangen. Wie eine Selbstverzündung. Oh, jetzt geht das hier wieder los. Die suche nach der Lobby und dann... Musst du mir einfach nur was lassen. Ja, dann lasse ich dir einfach den Vortritt. Finde ich gut, dass du für mich suchst. Ja. Hast du halt nicht den Stress. Bei welcher Mission bist du denn jetzt? Hat dich, glaube ich, auch schon angerufen? Ich? Ja. Ja. Ja, bei der zweiten. Steht bei dir immer noch eine Zwei? Ja. Weil ich die noch nicht gemacht habe. Hm. Ich auch nicht. Oh. Wenn die jetzt natürlich auch kommt, dann können wir die letzte Station machen. Was ist los, Digga? Ja. Ja. Geht das jetzt mit dir, Dennis, oder? Ja. Nee, mit Zoki. Ich rede gerade mit meinem Schwanz. Was ist los? Ja. 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 Was ist los, Digga? Was ist los, Minimi? Er ist so dick, aber nicht lang. Und außerdem wachsen da ganz viele lockige Haare drauf, auch auf der Spitze. Daher kommt der Afro. Ich bin übrigens Host. Das heißt, erstmal Thomas den Vortritt lassen. Aber ich muss ihn ja erst einladen. Oh boy. Berti ist schon eingeladen. Friedensangebote. Jetzt ist Thomas eingeladen. Thomas tritt schon bei. Was ist denn bei Berti los? Ich wurde gerade von einem Typen erschossen. Und das ist deine Ausrede dafür, dass du dich beitreten kannst. Ich muss erst respawn respawn Ah, jetzt kommt auch mal hier der BRT Thomas ist gleich wieder weg, oder was? Weiß nicht, dann bin ich da Dann bin ich, äh, beigetreten Nicht was Acht, sechstausend Geil Hoffen wir mal, dass er nicht scheiße ist, wa? Oh komm, einfach sechstausend Sechstausend Acht, sechstausend Ich glaub, das ist ne Acht Ich hätt jetzt spontan auch gesagt, ne Acht, oder? So sieht die auch aus So viel Math hat die genommen Oh, ist gar nicht Ach, ich wurd gekickt Ach, ihr wurd auch rausgeworfen Weil es gab nicht genug Spieler Ja Die wollten sich nicht mit solchen Dreistelligen Loops abgeben Oh, was, Alter Ich mein, als Achttausender Da kann man auch mal Ein bisschen höhere Ansprüche stellen Also mindestens vier Ziffern Tausend kann Kann man da schon haben Achim, hattest du eigentlich auch ein Limit? What? Ja, bei deinem Level Ich hab gesagt 250, mehr will ich nicht haben Maximum ist, glaub ich, 999 Also war der nicht der höchste Rang gerade hier? Krass Ich hab letztens einen Typen über 1000 gesehen Ja Hast du ja nicht gut zugehört, ey Ne, hab ich nicht, war halt auf K Teilweise Wir hatten gerade hier einen drin, der war 6.000 oder 8.000 Okay Das kommt man nicht genau so Also nicht so genau sehen Oh, Mann Du hast versetzt auf solche Leute einmal Ganz ohne Witz, bist du selber nicht schuld? Was soll das? Da will ich gar nichts sagen Wir verschieben dich Nee Nicht so laut Hallo Nicht so rumschreien, Junge Wirft noch Was wirft noch? Nie Nicht so rumschreien Was soll das? Watsch Mal sehen, wie spät das ist? Ja Anscheinend ja nicht Ist noch Freitag Ja, und? Ja, Freitag ist Schreitag Ja Idiot Hallo Was willst du? Nicht beleidigen Tu ich nicht, du bist ein Idiot Nein Beleidigung, ist die Wahrheit Nein Darfst du nicht, ist gelogen Das ist eine Lüge, lügen soll man nicht Oh mein Gott, ich bin noch in der Aufnahme Scheiße Ja Ja Guck mal, überlegen Wer ist der Idiot? Ich schneid das gleich für Melli raus Ich schneid das so, dass Achim als Idiot da steht Sehr gut Nein, nein, dieses Dann schickt er das dann irgendwie Achso Ich hab meine Mittel und Wege Eine Nachricht von Achim Ja Jedes Mal bin ich in der SMS-V-A gekommen Ja Ja Ihr pädophilen Wichser hier Boah Here we go again Natürlich muss er vierstellige rausgehen, ey Aber Verständlich selbst, ne? Jetzt warum hast du ja nicht eingeladen, hier hoch Sag das Das war rein Ich war doch gar nicht Ey, der muss doch bloß rein, sonst nix Da steht er noch Selbst das ist für ihn zu schön Ich hab noch keine Einladung Big D wurde von Stu aus Channel in Channel verschoben Ja und? Ja, ich wollte Dennis nur nochmal fragen, warum er den hier hochgeholt hat Weil du dumm bist? Weil ich den vorhin bin, wenn ich noch mehr spielen will Ey, 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 Junge, hä? Ey! Chill mal deine Vibes Ähh Chill mal deine Mumu Deine Mumu ist gechillt Das stimmt nicht Oh, ist das Wissen Du hörst ihn nicht so an Hm Ähm ffffffffff Oh, was sagst du dazu? Was sagst du dazu? Ich bin voll gechillt who ж Waaaaaah, ik bin voll gechillt Guh schlaf Du bist müde, hast du gerade gesagt Ja Ich war müde Ja Mann ey He Der kann es auch nur wieder zocken. Bitte. Ne, Mann. Ich muss echt mal wieder raus. Jetzt ist er müde wieder. Jetzt ist er müde. Jetzt bin ich mir einfach ans Zocken. Jetzt bin ich wieder munter. Und sonst hab ich keinen Bock drauf. Munter bist? Ja. Der Mund... Boah, geil. Sternzerstörer für Lego. Oh, ich dachte, der Titten gesehen. Den muss ich haben. Oh mein Gott. Meine Titten sind so groß. Ich kann die sogar anfassen. Bestell. Dann müsst ihr auf sexy-girls.com gehen, ja? Aber statt dem S von sexy müsst ihr ein Z nehmen. Sexy. Genau. Ja, ihr bekommt gleich eine Einladung. Gleich heißt nicht sofort. Keine. Ah, ich hab keine. Siehste? Bang, bang. Jetzt hab ich auch eine. Oh Gott. Bang, bang, that awful sound. Klar bin ich romantisch. Ich popp dich, bis du die Sterne siehst. Das wollte ich lachen, aber er musste lachen. Ich musste schmunzeln. Wenn er das schmunzeln macht, hör mal. Hast du das noch ein bisschen mehr? Du, 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 du. Gerst zu lachen, wahr. Mann, Alter. Wir haben das Niveau richtig gesteigert mit Aria hinten. Also, immer, immer eine Bereicherung. Start, Start, Start. Julio. iert. Lass euch mal höher legen, ne? Ja, der war nicht schlecht Ready Ich hab ein dickes Ei Eins nur? Ja, das andere ist klein Deswegen läuft er immer so krumm So die ganzen Villen von links nach rechts belagern Das ist eine Massenwanderung Das nennt sich Migration Einwanderung Warum nehmen wir nicht einfach die ganzen Samenbewohner von links und schieben sie nach rechts? Ist ja kein Grund, dass wir Nazis hier haben Wieso Nazis? Die sind alle rechts Die kommen alle aus dem rechten Ei Ich kam echt unerwartet für Dennis Was? Ich kam unerwartet für dich Wieso Nazis? Ich komme alle von rechts Oh Mann Jetzt hör doch mal Lamar zu Jetzt hör mal Ja, der sagt von wegen Er hat nur Scheiße gebaut Und du musst jetzt alles wieder gerade biegen Guck mal Blambo, blambo, blambo Mega cool Das war gestreckt, der hat zu dem zu Was? Was sagst du da? Nein Echt? Dann ist er dem echt eingestreckt zu Ja, das ist wirklich so Ja, ja, ich mach das Ich mach das sofort Ja, Mann Ja, du das Der ist doch kein Lowrider in der Garage Das hab ich eben auch schon gedacht So, Zweierteams, aufsplitten Go, go Ich kann mit meinem eigenen Fahrzeug fahren Das ist schneller Okay Mein steht hier Und ich sitz hier Wir fahren zu dem rechts Ich fahre ein anscheinend Wo guckst du denn hin? Das Navi hat nur korrigiert auto korrektur wo ich fliege müssen wir jetzt rum ballern ich gehe mal davon aus war doch schießt warum war oder perfekt wie sie draus jetzt raus steigt mal da ein und fahr mal schnell weg ja wenn ich das noch überlebe na dann zieht ihr noch eine rüstung an und so und schmecken keine rüstung kauf ich auch nicht warte hier gibt es doch irgendwo auch noch ammunition wohl du kaufst jetzt keine rüstung sondern gibst mir hier schutz hoffentlich überkommen keine gegner ich fahr mir erst mal rüstung kaufen das ist wichtig glaubt er macht das auto gleich kaputt hier der typ wird nur erst mal zehn besten kaufen wir haben ihn abgeliebert ist bei euch gerade ein rennen thomas rennen ja da wo das auto ist ein nicht als ich die mission nämlich gespielt habe da musste ich einen wagen halt aus einem rennen fischen wo musst du den wagen denn abholen unseren hof der mit security bewacht war was machst du denn da mein jung sich mit dem kaliber 50 abschießen da hinten kommt ein Thomas angeduckert nee du wolltest gedüst sagen das ist schon richtig ich wollte eigentlich sagen angedüddelt ich habe mal eben ein perso rausgeholt ja guckte das bild an und sehe so boah ist schon zehn jahre alter ding ich dachte schon so boah sieht der typ genau auf geil aus da hab ich noch haare ey da hab ich noch haare boah war die kacke die haare nee da hab ich noch haare ob er dies perso hatte auch noch haare ich hab mittlerweile keine mehr also kaum noch welche vorne ich hab noch welche aber nicht mehr so eine auto da hängt ein typ drin bei euch im auto ja und ich wollte halt nicht alleine fahren und so achim wieso hast du keine haare mehr äh geheimratsecken werden immer größer also quasi zur glatze entwickelt sich ja das ist schade wie ein pokémon achim wir zu achim mit glatz der macht hier wie heißt das noch ähm ah wie heißt noch dieses palm pokémon da null wer ist das noch dennis was einer für alle kokowai da wickelt er sich zurück zu oval leck mich verget mach mal kannst du nicht vorne die türen ne kannst du nicht ne doch warte was willst du nur vorne die türen nur vorne die türen ne aber zusammen dass du die beide gleichzeitig auf und zu machen kannst der flügel nixer flügel hau mal zu na das geht nicht Boah, Thomas blockiert erstmal Jetzt geht Oh, der ist so Nein, nein Bleib auf Let me in Let me in Oh, lol, what the fuck Was machst du da? What? Oh, damn Damn, shit Hast du gehört? Hast du gehört? Ist das so? Hab ich gehört, ja Oha Du solltest hörst Ja Und was hittest du's? Ne, stand off Hier kommen ganz viele Gegner In Deckung gehen Da wollte ich hin Ja, das ist mir egal Von rechts aus der Gasse Oben auf dem Dach sind die gleich Pass auf Jetzt von der anderen Seite Und jetzt wieder von Anfangsposition Oh mein Gott, die kommen überall Und wieder von hinten Oh mein Gott Du Noob Alter, ist der Scheiße, ne? Nur weil der nicht Teil von Blammo ist Da fache ich euch Wieso bin ich denn dann Scheiße? Wieso? Du hast der Mission davor gesagt, dass ich auch kacke und Scheiße bin Ja, in der Blammo gibt's dann natürlich auch nochmal Abwertung Aber Betty ist unter mir im Rang Äh, Rang hat damit nichts zu tun Warum? Was soll das? Hab das Gefühl, als ob das hier alles ihr willkürlich ist Natürlich, ansonsten hätte das ja alles sein Sinn Ja, weil ich mich erst auf die Mission konzentriere Nein, 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 keine Ausreden Das hat zu lange gedauert Aua, aua, aua Das war ne Falle, verdammt Da darfst du nicht antworten Hör du doch erstmal die Klappe dann Tut mir leid Betty, das ist auch ein Server-Admin Da kann ich auch durchgegenfeuern Das ist ja auch mein Server Scheiße, ne? Vom Dach wieder Ja Können die sich jetzt mal für eine Seite entscheiden Jetzt bin ich tot Siehste, das mach ich mit den Abstufungen Du bist ja scheiße Obwohl du entlangst Ja Jetzt machen wir ne große Runde Jetzt wärst du dich auch nochmal Nein Okay Aber guck mal hier Das sieht man ja ganz klar an den Kills, ne? Also eigentlich war Thomas gar nicht schuld Siehste Wir waren ganz unten Tja Wenn ich das mal wüsste Wo stelle ich mich denn jetzt hin? Oh, danke, er hat mich aus der Dickung verdrängt Oh, lol Hey Wir müssen uns mal gerade verlagern hier so ein bisschen Nein Nein, scheiße Oh, Alter, ist doch laut Jetzt bin ich Siehste? Na ja Nein, nein Hey, die macht immer wieder Ansätze zu reden, aber probiert es dann doch wieder Ja Ich glaube, der wichst sich gerade ein Nein Der passiert nur Ich glaube, irgendwer ist rausgegangen Ich glaube, irgendwer ist rausgegangen Ich glaube, irgendwer ist rausgegangen Warum das denn? Weil er bei einem Fortfahren stand Ja, bi bi di 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 RT, du hast gelogen Okay Oh, wie der Dach Dann mach die doch immer Warum sagst du uns das denn immer? Mach die doch einfach mal tot Mach ich doch tot Ja, dann ist doch wieder tot Dann musst du es doch nicht sein Ich sag die immer an Das ist einfach Gegnerspoten von der anderen Seite jetzt Du musst sie nicht mal ansagen Mach sie einfach tot Das ist viel effektiver, Dennis Wenn du die direkt tot machst Die gehen viel schneller tot Dann alle drauf schießen In der Zeit, wo du gesagt hast Da auf dem Dach Hast du schon zwei Auf dem Dach wieder Ja, da hast du schon wieder zwei tot machen können Nee Ich glaube schon Ich glaube schon Ich bin jetzt nochmal für die Ball Ich bin jetzt nochmal für die Ball Wo ist der letzte Da war Yeah, we did it Yeah, baby Ja, jetzt kommt natürlich wieder Raus gekrochen, wa? Jetzt wo alles clear ist Serve them fools, man They ain't no better Serve them fools Was für ein Furz? Ein Server-Furz Oh, oh ja Die sind gefährlich Da musst du aufpassen Der ganze Datenmüll kommt da raus Ja, die quiefen vor allem richtig laut Daher also die lockere Moshi Mh Ai 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 Ai, ai, ai Es, Furze Ai, hala, Sorte Bestanden Bestanden, standen, standen, standen Was? Da gab es eben zwischendurch aber schon mehr Ja, das stimmt Berti ist zurecht empört Ich mein, das war die finale Mission jetzt hier Echt War der, der Shit des Shits Und du kanntest sie wieder mal auswendig Warum das denn? Kann es sein, dass ich sie schon auf dem PC gespielt habe? Nein Mega boring Einfach nur ein Egoist Ganz einfach Endlich sieht das auch mal rein Siehst du, ich kann Wetten mit mir für zugestimmt Von Thomas kriegst du sowieso, was sowas angeht, immer Unterstützung Was? Es ist eine Lüge Es ist eine Lüge, genau Hör auf, mir zuzustimmen, du Spann Richtig, hör auf damit So ist das Hör auf, du mir zuzustimmen Nein, du sagst aufhören, mir zuzustimmen Ich mach vor allem mal mehr wie du Das macht es nicht besser Glaub mir Macht es nicht besser Richtig Lalalalal